so weiter geht's heute mit let's play ist das kreativ und wir starten heute durch mit der nächsten quest auf die schnelle die eigentlich schon beendet ist aber gut die werden wir natürlich jetzt mehr oder weniger genau du aber wir waren vorher aber noch schnell diesen schnell reisepunkt der hier quasi nebenan ist den werden wir uns mal holen das criteria gästehaus das möchte ich kurz freischalten und dann gehen wir zur quest ja ihr merkt die folgen teilweise was kürzer aber das ist halt nun mal so da hat auch durchaus mal dazu so habe ich gesagt ich werde ich mitnehmen und dann geht's zu die jona was willst du von mir ich habe nichts ja das war nicht beabsichtigt volk haben wir noch nicht eigentlich jetzt damit haben wir den auch bearbeitet damit war nicht immer hin und her laufen und so müssen nämlich diese schnell reizepunkte mit alle werden wir sowieso nicht kriegen glaube ich im ganzen spiel so groß wahrnehmung beendet erweitert grüße ich habe deine seltener befreit und nicht um den schiffsführer gekümmert also das ist die gute neuigkeiten das versetzt dem kult einen heftigen schlag du wirst mit jeder minute anziehen da ist noch was deine schwester sendet grüße hast du was über den verräter erfahren was gut dazu deine schwester hat jedenfalls einen beweis gefunden was unmöglich wer ist es du musst es mir sagen oder ich kann keinem vertrauen du aber deine schwester forscht weiter verstehe ich sollte vorkehrungen treffen vielleicht sollte ich sie aufsuchen sie wird mir will ich habe den auftrag ausgeführt was jetzt wir treffen meine späer bei meiner villa sie werden uns bericht erstatten dank deiner mühen ich muss mich noch um etwas kümmern aber wenn ich dort ankomme und wir noch etwas zeit haben bei den meuren du wirst nicht ewig widerstehen können du siehst also schon ein platz im kosmos ist die quest die wir uns morgen angucken ach nee wir haben den platz im kosmos abgeschlossen ja doch dann machen wir eine meuren weiter wir sehen uns wieder an der nächsten folge